Was ist mit Innovation bezogen auf soziale Netzwerke, aber auch so ein bisschen die Brücke zu Open Source Software und was passiert, wenn man die Nutzer mit einbezieht in die Entwicklung oder eben nicht und wie es da so weitergehen kann. Der Vortrag ist von Björn Ballas, von Appliki. Ich sehe auch, ihr seid komplett, also können wir starten. Viel Spaß beim Vortrag. Okay. Ja, willkommen. Es sind ja ordentlich ein paar Leute da. Genau, worum geht es? Ich werde heute versuchen, ein paar Worte zu sagen, wie man mit Anwendern zusammen Innovationen kreieren kann und welche Rolle dabei soziale Netzwerke spielen können und es tun. Vielleicht auch schon heute. Ich werde den Vortrag machen. Steffen Esser sitzt da, ist mein Kompagnon-Partner mit der Firma Appliki. Ich werde den Vortrag heute machen. Steffen hat mich dabei mit unterstützt. Vielleicht ein, zwei Worte über mich. Ich beschäftige mich seit deutlich über zehn Jahren mit der Fragestellung, wie kann man Technik für Menschen machen. Bin Psychologe von der Ausbildung her. Seit einiger Zeit auch sehr interessiert in agile Entwicklungen. Ich habe auch vor kurzem meinen Certified Scrum Product Owner offiziell gemacht und finde auch dieses Spannungsfeld, gerade Usability als doch sehr träges, behäbige Wissenschaft in agile Entwicklungsprozesse reinzubringen. Ja, ein sehr interessantes Thema. Vielleicht ein Wort noch zu dem Bild, was ich hier als Hintergrund gewählt habe. Das ist auch schon bei verschiedenen Vorträgen heute angeklungen. Soziale Netzwerke ist natürlich überhaupt gar keine Erfindung der Neuzeit. Dieses Bild wurde kurz vor 1897 aufgenommen. Und dieses soziale Netzwerk, die soziale Gemeinschaft hat gerade eine Innovation geschaffen und lässt sich hier sozusagen angemessen für die damalige Zeit feiern. Sie haben nämlich gemeinsam dafür gesorgt, dass dieses Dorf, was irgendwo im norwegischen Hinterland liegt, einen Straßenanschluss bekommen hat und haben sich dafür sehr eingesetzt. Also soziale Netzwerke gibt es seit langem und auch, dass Menschen gemeinsam etwas schaffen. Also Erfindungen sind nicht immer nur Erfindungen einzelner Leute, sondern eben auch das Ergebnis von Gruppenprozessen und von gemeinsamer Arbeit ist nichts Neues. Ja, ich denke, um das Ganze ein bisschen einordnen zu können, müssen wir erstmal noch, oder muss ich nochmal ein paar Worte mehr über im ersten Schritt die Firma sagen, die mir das überhaupt ermöglicht, hier heute zu stehen. Bei Appliki, wir nennen uns psychologische IT-Beratung, nicht nur deswegen, weil Steffen und ich Psychologen sind und als wir die Firma gegründet haben, überlegt haben, wie wir es nennen, sondern weil wir tatsächlich glauben, dass die Psychologie als die Wissenschaft über das Erleben und das Verhalten von Menschen tatsächlich etwas dazu beitragen kann, auf eine ganz bestimmte Art und Weise dazu, Produkte auch besser zu gestalten, weil letztendlich wollen wir mit der Gestaltung von Produkten natürlich Verhalten forcieren. Wir wollen natürlich, dass die Leute das tun, was wir wollen, letztendlich. Letztendlich tun sie das, was sie wollen, aber wir wollen natürlich darauf Einfluss nehmen und IT-Beratung erklärt sich sicherlich von selbst. Wir helfen anderen Firmen dabei, eben dieses Wissen, was die Psychologie in den letzten 100 plus Jahren aufgebaut hat, praktisch zu nutzen in ihrer Entwicklung. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben, Sie alle kennen vermutlich, ich gehe da auch nicht weiter ins Detail, Personas. Das ist ein Konzept, was vielfach angewendet wird. Wir haben auch heute schon von den Kollegen von Xing wieder mal welche vorgestellt bekommen. Die Frage, die wir uns gestellt haben, wenn Personas doch so gut geeignet sind, Menschen zu beschreiben, warum hat die Psychologie das eigentlich noch nicht aufgegriffen? Warum gibt es in der Psychologie eigentlich genau dieses Konzept nicht? Und das sind so Fragestellungen, wo wir uns einfach ein bisschen wundern und versuchen einfach als Psychologen andere Antworten zu geben. Ein Beispiel ist, wir haben uns vor kurzem in einer großen Studie auch damit beschäftigt, wie könnte man zum Beispiel ein Konzept wie Motive, die letztendlich handlungsleitend, gibt es eine Theorie von Bischoff, kommt aus der Evolutionsbiologie, ist das letztendlich abgeleitet. Motive erklären, lange erforscht psychologisch verhalten. Und wir haben einfach mal geschaut, können wir vielleicht mit Motiven besser Personen kategorisieren, Anforderungen erheben, als das eben mit den doch aus Sicht eines Psychologen noch ziemlich abstrusen Mittel der Personas. Wir gruppieren einfach mal so ein paar Personen, die zusammenpassen, so lange auf Haufen, bis wir keine Lust mehr haben, neue Haufen oder Haufen zusammenzulegen und landen dann bei einer Zielgruppenbeschreibung. Ob man diese Konzepte nicht weiter aufarbeiten kann, wenn Sie das interessiert, ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, lesen Sie in unserem Blog opensourceusabilitylabs.com einfach mal ein bisschen, was wir da gefunden haben. Das steht am Anfang. Genau, unsere Kunden sind im Regelfall kleine mittelständische Unternehmen, aber wir haben auch schon mit sehr großen DAX-Konzernen zusammengearbeitet. Es gibt eine zweite Organisation, die mir sehr am Herzen liegt und die letztendlich auch dazu beigetragen hat, dass ich einiges von dem, was ich hier heute erzählen kann, erzählen oder erzählen werde, erzählen kann. Das ist Open Usability. Openusability.org ist ein Verein, der eigentlich zwei Ziele hat. Das erste Ziel ist, wir wollen die Benutzerfreundlichkeit von freier Software fördern. Dazu würde ich gerne mal eine ganz kurze Umfrage machen. Wer von Ihnen kennt freie Softwareprodukte? Ja, es sind ja doch einige. Wer von Ihnen nutzt freie Softwareprodukte? Mal Hand oben lassen. Okay, wer von Ihnen ist zufrieden mit der Benutzerfreundlichkeit der freien Softwareprodukte, die er benutzt? Okay, welches benutzen Sie? Diverse Mac Open Source Software, wer hat sich noch gemeldet? Lime Survey. Das ist erstaunlich. Da müssen wir uns, also als Psychologe, von Psychologe zu Psychologe, Herbert, interessant. Letztendlich, Sie nutzen alle freie Software, also ob Sie die Hand gehoben haben oder nicht. Letztendlich, das gesamte Internet basiert letztendlich auf freier Software. Das Ding ist, dass freie Software häufig nicht an die Oberfläche tritt. Aber im Backend-Bereich ist freie Software überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Fast unsere gesamte Infrastruktur würde mehr oder minder, naja, sie läuft mit freier Software. Ob Sie zusammenbrechen würde, wenn es das nicht gäbe. Das haben wir dahingestellt. Mit dem Verein OpenUsability.org oder OpenUsability.ev verfolgen wir ein zweites Ziel. Und das zweite Ziel ist genau die andere Lesweise, nämlich wir versuchen, Usability-Arbeit zu öffnen. Ja, also wann immer wir in einem Projekt sind, ist eigentlich das allererste, was wir machen. Wir unterschreiben NDA. Das heißt, wir dürfen nichts mehr darüber erzählen. Ja, ob wir jetzt Erfolge haben oder nicht, ist eigentlich mal vollkommen egal. Das heißt, wie wollen Sie etwas von dem, was wir machen, lernen, geht nicht. Sie können sich nur Produkte anschauen, die letztendlich erfolgreich auf den Markt kommen. Aber von den Misserfolgen, die wir auf dem Weg haben und von denen man viel, viel mehr lernen könnte, ja, von denen kriegen Sie nichts mit. Und das versuchen wir zu ändern. Ja, also wir versuchen sozusagen auch da Wissen über Usability-Arbeit zu öffnen. Machen Sie mit. OpenUsability.org Das war es mit der Werbung. Ich fange an mit, oder ich habe gesagt, dass das, was ich hier erzähle, sehr, sehr viel von meiner Arbeit in freier Software zu tun hat, inspiriert wurde, viele Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe. Ganz kurz, freie Software ist eine, jede Software, die vier Grundfreiheiten garantiert. Jeder darf sie zu jedem Zweck ausführen. Jeder darf sie studieren und verbreiten. Und jeder darf sie natürlich verbessern. Das heißt, alles, was freie Software ist, gehört Ihnen jetzt schon. Das gehört uns allen. Das Ziel dahinter ist natürlich sicherlich, ein Wissenspool zu schaffen, auf dem wir miteinander aufbauen. Und ich möchte jetzt noch mal eine kleine Umfrage machen. Wer kennt dieses Logo jenseits davon, dass es auf meinem Computer hier klebt? Okay, genau, ja, das ist sehr gut. Wer nutzt es auf seinem Rechner? Oh, wir haben, wow, Wahnsinn. Ich bin begeistert. Das ist ein seltener Erfolg, dass sich jemand meldet, außer mir. Wie zufrieden sind Sie? Okay. Hat gute Ansätze, danke schön. Ich werde es weitertragen. Das Hauptprodukt von KDE ist letztendlich eine Software-Compilation. Das heißt, es ist eine Sammlung von verschiedener Software, die unter verschiedenen Betriebssystemen genutzt werden kann. Hauptfokus ist sicherlich, das unter Linux laufen zu lassen, aber wie Sie eben gehört haben, es läuft auch unter Mac, es läuft auch unter Windows, es läuft auch unter Android. Es gibt auch Versuche, das auf dem iPod oder auf dem iPhone laufen zu lassen. Also letztendlich ist es Cross-Plattform und man versucht sozusagen eine Software-Kompilation zusammenzustellen, die eigentlich alle Bedürfnisse befriedigt, die man so hat. Die gängigen Sachen, also Textverarbeitung, Office-Produkte, E-Mail, Webbrowser und so weiter und so fort. Das ist also das eine Projekt, an dem ich selbst mitarbeite, was Einfluss nimmt. Machen wir das gleiche nochmal. Wer kennt das? Okay, mal Hand dazu. Wer kennt OpenOffice? Okay, also alle, die jetzt die Hand gehoben haben, vergessen Sie OpenOffice. Das Projekt ist tot. Das Projekt heißt jetzt LibreOffice. Über die politischen Querelen, die dort passiert sind, sich gewundert haben, warum Sie seit über einem Jahr keine Updates mehr bekommen haben und keine neue Version. Das liegt einfach daran, dass das Projekt tot ist, quasi. Sage ich, kriege ich bestimmt wieder Ärger, weil das ist unter dem Dach der Apache Foundation. Aber egal. Wer ist zufrieden mit LibreOffice, OpenOffice? Wer benutzt? Ja, okay. Es sind schon ein paar mehr. Also LibreOffice oder OpenOffice ist, wir nennen das immer so, das ist der freie Software-Trojaner, den wir neben Firefox geschafft haben, in der Welt zu platzieren. Ja, weil das sind so die Dinge, da viele Leute wissen das gar nicht, die benutzen das, denken, hey, cool, kostenloses Programm installiere ich mir mal. Aber das ist so der Trojaner, wo wir es doch geschafft haben, eigentlich bei ziemlich vielen Leuten noch auf dem Desktop zu landen mit freier Software. Das ist das, was wir mit KDE leider noch nicht geschafft haben. Genau, und letztendlich, freie Software ist und war auch schon immer ein soziales Netzwerk. Natürlich nicht in dem Sinne, dass Sie sozusagen jetzt eins der bekannten sozialen Netzwerke genutzt haben, sondern das, was wir hier sehen, wer mich übrigens findet, dem gebe ich einen Kaffee aus auf diesem Bild. Das hier ist das Gruppenfoto der Entwicklerkonferenz dieses Jahr, die dieses Jahr übrigens hier in Berlin stattgefunden hat, der Desktop Summit. Wo sich eigentlich jährlich treffen sich die Leute aus aller Welt. Das hier ist zusammen mit Gnome, was ein zweites ähnliches Projekt ist wie KDE, hat dieses Jahr an der Humboldt-Uni stattgefunden. Und letztendlich haben wir in der freien Software schon immer das Problem gehabt, dass wir uns verteilt gesessen haben. Wir mussten uns aber trotzdem koordinieren. Wir mussten planen, was passiert. Wir mussten miteinander kommunizieren. Also all diese Dinge, das waren schon immer Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren und mit denen wir zu tun hatten. Und jetzt das Problem für denjenigen, der neu einsteigen will, ist, dass diese Strukturen kommen natürlich aus diesem klassischen, die erste Assoziation, die man hat, das ist, um Gott, was sind das für Nerds. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Wenn man versucht, in diesen Projekten mitzuarbeiten, dann hat man ganz, ganz viele Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat. Also insbesondere eben die Kommunikationsstrukturen, wichtiges Mittel, IRC. Wer von Ihnen benutzt IRC? Gibt schon ein paar, aber es sind jetzt irgendwie fünf Leute. Ist letztendlich nichts anderes als ein Chatprogramm, aber es hat natürlich Regeln. Also wie jede Kommunikation ist natürlich auch die Kommunikation in IRC. Da kann man viel falsch machen. Und wenn ich jetzt also als Nutzer denke, Mensch, ich habe ein Problem, frag doch mal die Entwickler, das ist ja freie Software. Schaffe das also tatsächlich irgendwie in diesen IRC-Channel zu kommen und dann anfange irgendwie zu fragen, wie geht das denn? Und nach einer Minute noch keine Antwort haben. Sag doch mal, wer sagt denn? Dann kommt irgendwie unter Garantie als Antwort, read the fucking manual. Und sofort ist man wieder weg. Und das ist ein großes Problem, dass die Kommunikationsstrukturen, die sich in dieser freien Software entwickelt hat, für den normalen Menschen sehr, sehr schwierig sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal versucht hat, einen Bug zu reporten. Also ich scheitere da regelmäßig dran. Ich kenne zum Glück die Entwickler zwischen größtenteils persönlich, sodass ich um diesen Umweg Bug-Reports häufig drum herum komme. Aber ich mache das nicht, was schädlich ist für das Projekt, weil es natürlich total wichtig ist, zu wissen, wo läuft man in Probleme und das auch zu dokumentieren. Aber um Gottes Willen, ich bin kein Entwickler, ich bin Psychologe. Also nee, tut mir leid. Das geht zu weit. Diese komischen Kommunikationsstrukturen gehen sogar so weit. Das war eine meiner ersten Erfahrungen. Da war ich auf einem Treffen und wir haben uns eigentlich ganz normal unterhalten im Raum. Und auf einmal fingen halt irgendwie sieben Leute gleichzeitig an zu lachen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, was war? Die waren natürlich gleichzeitig trotzdem noch im IRC und haben dort miteinander gechattet. Das sind also Dinge, als, also, ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen, aber ich bezeichne mich irgendwie doch als halbwegs normaler Mensch. Ja, da kann ich nur den Kopf schütteln. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das ja eigentlich total angemessen ist, weil freie Software, wer ist der Anwender freier Software, sind die Entwickler. Oder umgekehrt, wer ist der Entwickler der freien Software, ist letztendlich der Anwender. Und das ist ja auch gar nicht falsch. Also, freie Software entsteht ganz, ganz häufig aus diesem Ansatz, ja, scratch your own itch heraus. Ja, also, ich habe irgendetwas, irgendein Problem, was mich nervt, also fange ich an als befähigter Mensch, der so etwas kann. Also, ich nicht, aber stellvertretend, ich, ja, mich juckt etwas, also kratze ich. Ich schreibe also ein Programm und irgendwann ist es so weit, dass es meine Bedürfnisse befriedigt, das juckt nicht mehr. Ich veröffentliche das Programm, andere Leute springen auf. Das ist die ganz typische Geburtsstunde eines freien Software-Projektes. Genau so fängt das an. Und, ja, da entsteht eigentlich auch seit Jahren, entsteht auch aus diesem Bereich heraus Innovation. Wenn man zurückdenkt, dann war es irgendwie in den Anfangszeiten von KDE so, dass KDE eigentlich nur versucht hat, Windows nachzuprogrammieren. Ja, also, das sah dann irgendwie so aus, Open Office sieht so aus wie Microsoft Office, bevor sie Ribbons eingeführt haben. Ja, das ist, das war irgendwie der Versuch, da überhaupt erst mal Anschluss zu bekommen. Ja, und heute ist es anders. Es ist so, dass wirklich Innovationen entstehen aus diesen Projekten heraus. Es ist so, dass insbesondere bestimmte Desktop-Effekte, die inzwischen auch in Windows Einzug gehalten haben, Mac schon ein bisschen früher, durchaus zuerst in freier Software aufgetaucht sind. Also, ich kannte die schon sehr viel früher, als sozusagen, dass überhaupt jemals irgendwo in einer proprietären Software aufgetaucht ist. Und es gibt auch noch weitere Beispiele dafür, wie das, ja, also, wo sozusagen inzwischen durchaus Innovation auch entsteht. Letztendlich, warum macht man eigentlich freier Software? Was steckt dahinter? Ja, und ich möchte so ein paar, auf so ein paar Punkte eingehen, um auch persönlich so ein bisschen Werbung für freier Software zu machen. Also, zunächst ist es so, in der freier Software steht eigentlich der Gedanke eines anderen Gesellschaftsmodells. Beispielsweise, denken Sie daran, dass wir mit proprietärer Software einfach dafür sorgen, dass wir Entwicklungsländer abgehängt lassen. Ja, wie soll ich, wenn ich ein paar Dollar am Tag habe, mir eine Microsoft-Lizenz kaufen? Das geht einfach nicht. Ja, das ist nicht machbar. Ja, weil ich brauche eben die paar Dollar, um mir mein Essen zu kaufen. Hier gibt es Initiativen, können wir darüber streiten, wie erfolgreich sie sind. Eine, die bekannt ist auf jeden Fall, ist dieses One Laptop per Child, was letztendlich nur möglich ist, weil es freie Software gibt. Es gibt andere Dinge, wie beispielsweise kulturelle Anpassungen. Ich habe gerade zufälligerweise gestern gelesen, dass jetzt, ich glaube mit, war es Gälisch? Ich glaube, es war Gälisch, die 105. Sprache von einem Enthusiasten in LibreOffice als Sprachvariante eingefügt worden ist. KDE gibt es zum Beispiel auf Plattdeutsch, da können Sie Ihr gesamtes Betriebssystem auf Plattdeutsch haben. Lachen Sie drüber, ja, aber wenn Sie sozusagen dieser kulturellen Subpopulation angehören, dann ist es vielleicht durchaus attraktiv, ein plattdeutsches Betriebssystem zu haben. Es ist halt die Frage, ob sich ein kommerzieller Anbieter darum kümmern würde. Es geht auch darum, dass wir sozusagen eine Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung von Wissen haben. Auf freier Software, wie gesagt, ich kann sie einfach verändern, ich kann darauf aufbauen. Da gibt es Beispiele, die jetzt nicht so softwarebezogen sind, aber die wir auch alle nutzen. Sowas wie Wikipedia zum Beispiel basiert ja genau auf diesem Prinzip. Wo wir also gemeinsam etwas schaffen und dabei auf dem Wissen anderer Leute aufbauen. Und das ist total egal, ob irgendjemand wieder aussteigt oder mal wieder aufspringt oder nicht, weil es geht irgendwie immer voran. Das ist nicht immer das beste Wissen, was man da sieht und da gibt es viele Warnhinweise. Aber man kommt insgesamt voran. Und ich glaube, keiner hier würde irgendwie bestreiten, dass er irgendwie, wenn er denn mal irgendwo nach einem Thema recherchiert, nicht doch zuerst bei Wikipedia guckt. Schlussendlich ist es auch so, dass wir sagen müssen, eigentlich alle dieser erstaunlichen Firmenneugründungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, sind nur möglich gewesen, weil es freie Software gibt. Ein Google, ein Facebook ohne freie Software undenkbar. Hätten die niemals geschafft. Die haben komplett auf dieser Software aufgebaut. Selbst die Apple-Jünger unter ihnen, selbst in ihrem Apple läuft im Kern ein Unix-Betriebssystem. Das ist nichts anderes, als auf meinem Rechner hier auch läuft. Es gibt so eine Art moralischen Kodex. Und das ist das, wo sich dann diese Firmen doch sehr unterscheiden. Das ist nämlich, Dinge zurückzugeben. Wenn ich freie Software benutze, dann bin ich nicht unbedingt der rechtlichen Verpflichtung, auch Änderungen, die ich mache, zurückzugeben. Aber in der moralischen finde ich persönlich schon. Und da gibt es dann große Unterschiede zwischen den einzelnen Firmen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Ja, was halten wir fest? Es ist so, dass heutzutage fast alle Menschen auf die eine oder auf die andere Art und Weise freie Software benutzen. So, stellt sich die Frage, wenn also die Anwender nicht die Entwickler sind, ja, wie können sich denn die Anwender dann verdammt nochmal an dieser Entwicklung beteiligen? Ja, und ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. In der Regel müssen Sie, wenn Sie etwas verändert haben wollen und nicht ein Programmierer sind, dann können Sie es selber machen, aber dann müssen Sie den Programmierer überzeugen, etwas für Sie zu ändern. Es gibt in den seltensten Fällen eine Support-Abteilung für irgendetwas. Es gibt keinen, in dem Sie sagen können, hey, ich benutze hier Linux und ich habe mir eine neue Webcam gekauft und die wird nicht erkannt und jetzt mach das mal. Sondern da sind Sie natürlich irgendwie darauf angewiesen, dass die Gemeinschaft da irgendwann einspringt. Oder Sie schaffen es eben, jemanden zu triezen. Und ich habe dieses Bild genommen, weil dieser Mensch ist derjenige, der es schafft, die Software zu verändern heute. Ja, so lange nerven, bis der Entwickler sagt, okay, bevor ich mich weiter im Channel mit dir beschäftigen muss, auf deine E-Mails antworten muss oder irgendetwas, ändere ich halt mal fix die Software, damit du Ruhe gibst. Das sind die Leute, die tatsächlich heute häufig, viel zu häufig meiner Meinung nach, Erfolg haben dabei, freie Software zu verändern. Also die Schreihälse, die da drin sind. Und das ist natürlich niemals im Sinne des Gesamtproduktes. Sie haben die Situation, vorher war das Produkt für 99 Leute super und für einen, der fand es halt doof und der schreit so lange, bis er es gut findet, dafür aber zehn andere Leute es doof finden. Und das ist etwas, worunter freie Software auch tatsächlich heutzutage leidet. Es ist auf jeden Fall so, dass wir feststellen, dass sich Anwender wirklich einbringen wollen. Also in den Entwicklungen, die wir dort machen, hier habe ich zum Beispiel, das ist eine Grafik, die ich auf der LibreOffice-Konferenz präsentiert habe. Sie sehen unten abgetragen, wie viele E-Mails eine einzelne Person geschrieben hat im Laufe eines Jahres. Und dann sehen Sie, die Höhe der Balken ist die prozentuale Verteilung. Und wenn Sie hier links von 0 bis 10 E-Mails das nochmal einzeln aufteilen, dann sieht die Verteilung wieder so aus. Das heißt, was passiert ist, wir bekommen auf der LibreOffice-Liste, oder ja, auf der Liste, die ich hier analysiert habe, wir bekommen ungefähr, sagen wir mal, in ein bis zwei Wochen, bekommen wir einen Vorschlag darüber, wie das UI von LibreOffice doch in Zukunft aussehen könnte. Da setzen sich Leute hin, das muss, ich meine, ich bin vom Fach, wenn ich das beurteilen muss, da sitzt man zwei, drei Wochen dran, bis man so ein Mock-up, so ein Design fertig gemacht hat. Die Leute setzen sich hin, sagen, hey, ich habe die Idee, so muss eine Textverarbeitung aussehen. Und kommen dann zur Liste, schreiben eine Mail und sagen, guck mal, geht da hin, das ist es, so muss LibreOffice aussehen. Ja, wenn wir dann darüber nachdenken, was die Entwickler im Moment machen, LibreOffice ist entstanden aus StarOffice, ehemals in Hamburg, oder in OpenOffice jetzt LibreOffice. Die Entwickler sitzen im Moment da dran und entfernen deutsche Variablen-Namen und deutsche Kommentare aus dem Code, damit sie in der internationalen Gemeinschaft überhaupt dieses Produkt weiterentwickeln können. Jetzt kommen sie diesen Entwicklern mal mit dem Vorschlag, so wäre das coole, geile, neue UI, wie LibreOffice aussehen könnte. Das passt nicht, das geht einfach nicht und das ist frustrierend. Und zwar nicht nur für die Anwender, die sich natürlich hinsetzen, sich viele Gedanken machen, Herzblut da reinlegen, sondern genauso auch für die Entwickler, die natürlich irgendwie versuchen, das Beste aus dem Produkt zu machen, aber auch mit dem leben müssen, was eben da ist. Ich habe meine Theorie, warum das so ist, dass die Leute sich einbringen wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ein Geben und Nehmen ganz üblich ist. Also wenn Sie mir etwas geben, dann gebe ich Ihnen etwas zurück. Im einfachsten Fallen Dankeschön. Aber das ist kulturell bei uns irgendwie ganz tief verankert. Freie Software stellt genau dieses Prinzip auf den Kopf. Bedanken Sie sich mal bei dem Server, bei dem Sie die Software runtergeladen haben. Das ist irgendwie unbefriedigend. Das heißt, wenn wir in freier Software arbeiten, dann haben wir dort ganz viele Nutzer. Nicht alle sind sich darüber bewusst. Es gibt natürlich heutzutage auch die Geiz ist geil Gesellschaft, wo man natürlich irgendwie sagt, hey, ich bin doch ein cooler Hecht, dass ich hier irgendwie geil was umsonst bekommen habe. Aber es gibt einen großen Teil, die immer noch nicht diesem moralischen Verfall unterlegen sind. Und die sitzen eigentlich da mit genau dieser, hey, ich habe dafür nichts zurückgegeben. Und das ist ein Potenzial, was sich zum einen eben, wie gesagt, in diesen Mails zeigt, was unglaublich frustrierend ist, weil die Leute wollen sich ja eigentlich nur bedanken. Die wollen eigentlich nur sagen, hey, super, was Sie mit LibreOffice macht, total geil, ja, und macht weiter. Und guck mal, ich habe Ideen. Und werden dann aber irgendwie abgefrühstückt mit, ja, wenn du was Produktives machen willst, dann übersetzt ein paar deutsche Kommentare ins Englische. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall irgendwie keine Passung. Ja, stellt sich natürlich die ketzerische Frage an dieser Stelle, warum sollten wir die denn überhaupt mitspielen lassen? Also gibt es überhaupt einen guten Grund? Ich meine, wir haben jahrelang freie Software entwickelt und ich meine, wir können ja auch Experten wie mich hinzuziehen, die dann irgendwie für die Nutzer sprechen. Ja, warum um Himmels Willen sollen wir denn jetzt jeden da irgendwie mitmachen lassen? Und ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und mal versucht, so ein paar Punkte herauszuarbeiten, die ich für sehr wichtig erachte. Ein Punkt ist, es ist schon irgendwie befriedigend, wenn man sein Werkzeug selbst gestalten kann. Also wenn ich irgendwie einen Einfluss darauf habe, wie das Werkzeug, mit dem ich meine Probleme löse, gestaltet ist, das ist schon irgendwie cool. Und diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist eine der stärksten Kundenbindungen, die es überhaupt nur gibt. Ich bin kein Verfechter, der sagt, dass freie Software unglaublich viel besser ist als andere Produkte. Nichtsdestotrotz habe ich eine Kundenbindung zu diesen Produkten, die ich mit keinem anderen Produkt habe. Warum? Weil ich Selbstwirksamkeit verspüre. Ich kann die Welt ändern. Und wenn wir das schaffen, sozusagen auch in freier Software, den Menschen in der Masse Selbstwirksamkeit spüren zu lassen, dann haben wir ganz, ganz viele Leute, die rausgehen, andere Leute überzeugen und sagen, hey, cool, benutzt das. Wir haben, wenn wir mit den Anwendern zusammenarbeiten, wir haben vorhin schon was über Anforderungsanalyse gehört, wenn wir viele Leute haben, die ihre Erfahrungen einbringen, dann haben wir einen ungeheuren Wettbewerbsvorteil, weil wir verstehen, welche Situation es da draußen gibt. Wir verstehen, in welchen Situationen setzen die Leute denn unsere Produkte ein. Ja, das hilft uns ungeheuer unser Produkt weiterzuentwickeln und kann im besten Fall zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Ich persönlich behaupte, dass der gemeine Nutzer keine Befähigung darin hat, sein Werkzeug zu gestalten. Das heißt, wenn ich also mit 100 Nutzern arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von diesen 100 Nutzern befähigt ist, einen wirklich sinnvollen Vorschlag zu machen, darüber, wie die Interaktion besser laufen könnte, nahe Null ist. Wenn ich das aber schaffe, das in die große Breite zu bringen, wenn ich also wirklich viele Nutzer schaffe, mit einzubringen, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit natürlich. Ich schaffe es Innovationspotenzial, es gibt ja diese Ausnahme, wo ein Nutzer gleichzeitig natürlich einer von Ihnen ist, die wir uns alle professionell damit beschäftigen, Werkzeuge zu gestalten, aber der normale Nutzer ist es eben nicht. Aber wenn ich das mit ganz vielen mache, dann sind halt einfach auch mal Glückstreffer dabei. Das heißt, auch da kommen wieder durchaus komplett, und zwar, das können Leute sein, die aus komplett anderen Bereichen kommen, wo auf einmal Übertragungsleistungen stattfinden, auf die wir auch mit unseren Eingeschränkten und Sichtweisen, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, gar nicht kommen. Also ganz neue Innovationen können dabei rauskommen. Ja, und schlussendlich halte ich sehr, sehr viel davon, dass man auch die Entwicklung selbst und die Entscheidung darüber, welche Features werden entwickelt, welche Features werden vielleicht nicht entwickelt, durchaus transparent macht, quasi eine Art Demokratie einführt. Wir sind die, uns gehört das Produkt, das ist eine freie Software, das gehört uns allen, also lasst uns doch auch gemeinsam darüber abstimmen, ob jetzt Feature A oder Feature B als nächstes implementiert werden soll. Und wenn wir das machen, dann verstehen wir auf einmal, warum ein Produkt sich auf eine bestimmte Art und Weise weiterentwickelt. Wir können auch akzeptieren und sind durchaus zufrieden damit, dass Feature B vielleicht noch nicht eingebaut wird, weil wir einfach sehen, der Prozess ist nicht irgendjemand, entscheidet sich in seinem Kämmerlein und sagt, nee, das wollen wir nicht, sondern wir als gemeinsame Nutzer haben darüber abgestimmt und haben gesagt, wir wollen aber Feature A ist wichtiger und wir haben einfach keine Zeit. Zeit, Personal ist immer knapp. Das heißt, ich glaube, dass sozusagen auch so eine gewisse Transparenz insgesamt zu einer Vorhersagbarkeit führt und letztendlich auch zu einer Zufriedenheit. Ja, im Anführungstext habe ich gesagt, dass ich natürlich nicht nur über freie Software reden möchte. Die Frage ist, wie ist es denn in proprietärer Software? Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, über die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, dann stellen wir fest, dass die Ziele dort eigentlich gar nicht so großartig anders sind. Ja, also wir wollen eine Kundenbindung erreichen. Ja, wir wollen natürlich vom Wissen unserer Kunden, daraus wollen wir, das wollen wir abschöpfen, wir wollen davon profitieren, wir wollen den Kunden involvieren. Ja, wir wollen natürlich auch das Innovationspotenzial unserer Kunden haben. Ja, das ist, also ich glaube, wenn man sozusagen darüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass der Unterschied zwischen freier und proprietärer Software gar nicht in diesen Zielen liegt. Der liegt einzig und allein in dem Geschäfts- und im Gesellschaftsmodell, was dahinter steht. Ansonsten unterscheidet sich das in keinster Art und Weise. Also ich würde behaupten, dass fast alles, was ich gesagt habe, genauso zu sehen ist. Es gibt einen Unterschied. Als Nutzer proprietärer Software habe ich schon etwas zurückgegeben. Ja, ich habe meinen Obolus auf den Tisch gelegt. Das heißt sozusagen, ich erwarte natürlich als Nutzer proprietärer Software fertigere Dinge. Ich bin sozusagen, diese Freiwilligkeit ist geringer. Das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir Untersuchungen mit sozusagen proprietärer Software machen. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, am verdorbensten ist die Medizinbranche. Also die berühren ja noch nicht mal mehr den Finger, ohne dass man einen Schein auf den Tisch legt. Aber ansonsten ist es schon so, wenn wir freie Software, wenn wir Befragungen machen, dann kriegen wir innerhalb kürzester Zeit Tausende, Abertausende von Antworten. In proprietärer Software können wir über Hunderte schon sehr, sehr froh sein. Ja, stellt sich also die Frage, die Probleme habe ich jetzt aufgezählt, auf die Anwender stoßen, wenn sie sich einbringen wollen, oder wenn wir versuchen wollen, dass sie sich einbringen, stellt sich natürlich die Frage, wie können wir sie denn überhaupt strukturiert in die Entwicklung einbinden. Wir sind uns erstmal darüber einig, sonst wären wir sicherlich nicht hier, wenn wir sie nicht einbinden würden, würden wir bei schlechteren Produkten landen. Also ist die Frage, wie kriegen wir eine Struktur hin. Wenn wir keine Struktur haben, haben wir vorhin schon festgestellt, Situationen im Moment in freien Softwareprogrammen, haben wir Frustration auf beiden Seiten, Entwickler wie Anwender. Wenn wir keine Struktur haben, oder die falsche Struktur haben, dann fragen wir vielleicht die falschen Anwender zum falschen Zeitpunkt, und die falschen Fragen, ich wedle hier nochmal mit der Psychologie-Fahne, ja, also Menschen zu befragen, ist durchaus etwas, was Psychologen, zumindest in meiner Selbstüberschätzung, besser können als andere Leute. Ja, also kommen wir sozusagen zum Kernpunkt des heutigen Tages, sind soziale Netzwerke die Lösung dafür. Und ich glaube, so wie wir sie kennen, nicht. Es gibt einige Probleme, auf die ich gerne eingehen wollen würde. Das eine ist das Problem der Repräsentativität. Ja, ich bin hier in diesem Raum wahrscheinlich total unrepräsentativ, weil ich kein Facebook-Account habe, kein Twitter, wie nennt sich das, was man da hat, wo man folgen kann. Ja, ich, keine Ahnung, ja, ich bin auch nur bei Xing, weil ich irgendwann in den Anfangstagen von irgendjemandem beim Bier überredet worden bin, mich da mal anzumelden. Das heißt aber, wenn wir sozusagen soziale Netzwerke nutzen wollen, ja, um Anwender zu involvieren, dann müssen wir uns immer damit auseinandersetzen, dass ein soziales Netzwerk niemals eine Abbildung oder in den seltensten Fällen eine auch nur halbwegs repräsentative Abbildung der tatsächlichen Nutzerschaft ist. Wir haben ein zweites und ein drittes Thema. Ich fasse das mal kurz zusammen. Letztendlich sind soziale Netzwerke nicht dafür gedacht, als Werkzeug eine Zusammenarbeit von Nutzern und den verschiedenen Kompetenzen im Entwicklungsprozess zu unterstützen. Das heißt, soziale Netzwerke sind dazu gedacht, sich zu kommunizieren, aber nicht, um zu arbeiten. Und das heißt, ich persönlich glaube, dass soziale Netzwerke, so wie wir sie heute kennen, im Wesentlichen, ich kenne sie nicht alle, ich nutze sie nicht, kenne ich sie deswegen natürlich trotzdem, eher für Marketingzwecke zur Verfügung oder genutzt werden können. Und deswegen glauben wir bei Appliki daran, dass es ein spezialisiertes soziales Netzwerk bedarf, mit dem wir es eben schaffen können, Anwender in die Entwicklung von technischen Produkten zu integrieren. Und ich möchte einfach mal ein paar Punkte, ein paar Anforderungen an dieses Netzwerk aufschreiben, die dazu erfüllt sein müssen. Zum einen ist es so, dass wir es schaffen müssen, die Nutzer zu verführen. Und da Nutzer verführen, verstehe ich, dass wir es schaffen müssen, die Nutzer aus der Benutzung des Programmes heraus anzusprechen und in sozusagen die Mitarbeit hineinzuziehen. Da gibt es ein paar psychologisch ganz interessante Sachen. Zum Beispiel ist es so, dass wir eigentlich keine Meinungen haben, sondern wenn wir gefragt werden, was wir über etwas denken, dann gucken wir zurück. Sagen, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, also muss ich ja irgendwie die Meinung dazu haben. Wenn wir dort eine andere Meinung postulieren würden, dann verspüren wir so etwas, was der Psychologe kognitive Dissonanz nennt. Und das ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl. Deswegen bilden wir sozusagen unsere Meinung bezüglich der Taten. Wer davon unglaublich Gebrauch macht, sind Sekten. Scientology gewinnt Mitglieder genau über diese Strategie. Die schaffen das für etwas Böses, warum schaffen wir das nicht für etwas Gutes? Also letztendlich, wir müssen es schaffen, Anwender zu kleinen Taten zu verführen, sie Dinge machen zu lassen, bis sie irgendwann zurückgucken und sagen, wow, ich muss ja der totale Supporter für LibreOffice sein. Auch hier möchte ich wieder mit der psychologischen Fahne wedeln. Das ist ein riesengroßes Experimentierfeld für Psychologen. Ich finde das total schade, ich persönlich kenne da nicht viel Forschung zu, also ich finde das sehr, sehr schade. Ein zweiter Aspekt, Ein zweiter Aspekt, den wir brauchen, ist, wir müssen die Usability selbst vereinfachen. Wir müssen es schaffen, gerade in agilen Prozessen, wir müssen es schaffen, dass wenn wir die Nutzer schon haben, wenn wir so ein Netzwerk haben, dass wir auch unglaublich schnell zu Antworten kommen. Wir träumen immer davon, dass man sagt, okay, ich gehe als Entwickler, ich gehe abends nach Hause und wenn ich morgens wieder da bin, habe ich die Antwort auf meine Frage. Das ist über das Internet und das ist mit sozialen Netzwerken möglich. Aber wir müssen dafür natürlich unsere Methoden hinterfragen. Wir müssen eventuell auch neue Methoden erfinden. Ein dritter Punkt ist, Usability ist immer, ich verstehe unter Usability, es gibt ja leider ein großes Thema, falls ich damit jemand beschäftigen möchte, mal Worte vereinheitlichen in unserem Fachbereich. Ich finde das total schrecklich. Man kann sich mit Leuten streiten über das gleiche Wort und stellt irgendwann fest, dass man komplett unterschiedliche Dinge meint. Usability, meine Definition ist, Entwickler hat eine Frage und befragt den Anwender und bekommt eine Antwort. Es gibt natürlich einen Prozess auch genau andersrum. Das ist, Anwender haben Ideen und möchten die sozusagen zum Entwickler durchbringen. Das ist das, was ich User-Driven Innovation nenne. Dazu ist es sicherlich so, dass die Anwender sich gegenseitig moderieren müssen. Das ist eigentlich ein Prozess, wo die Ideen so langsam nach oben kommen müssen und wir als Entwickler sozusagen nur noch den Schaum oben abschöpfen müssen und den ins Produkt reinbringen. Das wäre der Idealfall, den wir erreichen können. Als vierte Forderung ist es so, dass wir sicherlich interdisziplinär zusammenarbeiten müssen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir uns darauf konzentrieren, dass es Anwender und Entwickler gibt, vielleicht das Bild noch erweitern und den Usability-Experten machen. Nein, es gibt ganz, ganz viele Leute, die mit den Entwicklern, die mit den Anwendern arbeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn ich mir die Entwicklung heute angucke, dann kriegen wir in der Entwicklung sehr, sehr wenig von den Ergebnissen mit, die beispielsweise das Marketing gemacht hat oder die Vorentwicklung oder die aus dem Support kommen. Diese ganzen Kommunikationen, die dort stattfinden, die sind im Moment, naja, auf jeden Fall nicht nachhaltig. Genau, ich muss zum Ende kommen. Du guckst schon auf die Uhr. Fünf Minuten sagst du, naja, das reicht ja sogar noch für Fragen. Die gute Nachricht ist, wir arbeiten da dran. Die schlechte Nachricht ist, wir sind noch lange nicht fertig. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot aus einer Untersuchung. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, würde ich Ihnen das auch noch live zeigen. So erkläre ich das einfach. Wir haben zum Beispiel etwas erfunden, was wir Icon Usability Test nennen. Warum verwendet man Icons? Na ja, ganz einfach, weil ich Bilder schneller erkenne als Text und weil Bilder weniger Platz in Anspruch nehmen als langes Label. So, wie gut ist denn jetzt ein Icon? Wissen Sie das? Können Sie das rauskriegen? Sie können es rauskriegen. Und zwar, indem wir objektive und subjektive Methoden miteinander verrechnen. Wie häufig werden Icons bestimmten Begriffen zugeordnet und wie schnell geht das? Damit haben wir sozusagen eine objektive Messung, Geschwindigkeit und eine subjektive Messung, eine Zuordnung. Wenn wir das miteinander verrechnen, über eine gewisse Anzahl von Teilnehmern machen, Sie haben vorhin ein bisschen gelacht, als ich gesagt habe, wir kriegen bei freien Projekten innerhalb kürzester Zeit Tausende von Teilnehmern. 6279, ich glaube, diese Studie lief keine Woche. Also, das ist KDE, freie Software, das ist wirklich, die Leute wollen etwas zurückgeben. Was haben wir dabei rausgekriegt? Unter anderem, was es extremst wichtig wäre, Icons mal zu internationalisieren. Sie kennen CD-Brennen, CD mit irgendeiner Flamme dran, Nero Burning Rom. Wussten Sie das, dass man auf Französisch CDs engraft? Der Franzose guckt Sie blöd an, wenn Sie sagen, brenn mir eine CD. Und sowas kann man rauskriegen mit solchen Tests. Wir haben festgestellt, dass das CD-Brennen-Icon mit einer Flamme dran im Schnitt richtig gut abgeschnitten hat. Und dann haben wir uns einzelne Populationen angeguckt, nämlich zum Beispiel die Franzosen, und haben festgestellt, dass da ganz andere Icons gewählt worden sind, im Wesentlichen kein einziges Icon, die Qualität hat. Und dann fängt man an nachzuforschen und stellt fest, hey, Mensch, stimmt. Kultur, international, das ist schwierig. Und wie gesagt, hier haben wir ein Beispiel, das Produkt ist nicht fertig, aber wir haben hier ein Beispiel dafür, wie wir zumindest diesen Usability-Aspekte, also wir haben eine Frage, wir haben ein Set von Icons, wir haben ein Set von Begriffen, wie passen die zusammen, welches Icon soll ich benutzen? Wir können diese Frage tatsächlich heute schon beantworten, wenn wir abends zu Hause gehen, stellen wir die Frage, wenn wir morgens wiederkommen, wissen wir, welches Icon wir haben. Das heißt, da sind wir schon ganz froh drüber. Einladung, machen Sie doch einfach mit. Das Produkt finden Sie als Arbeitstitel unter der Adresse usability-methods.com. Es hat sicherlich das Ziel, irgendwann ein soziales Netzwerk zu werden, was einerseits sozusagen uns von der Entwicklerseite mit den Anwendern in einem sozialen Netzwerk verbindet und das, was wir machen wollen, ist, wir wollen dort nicht die Kommunikation in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen dort das Arbeiten, das Erschaffen von guten Produkten in den Vordergrund stellen. Kleiner Haken an der Geschichte ist, diese Plattform ist Beta, das meinen wir ernst. Es ist kein Werbegag, wird es auch noch eine ganze Weile bleiben und Sie kommen ausschließlich auf Einladung rein. Das heißt, wenn Sie das wünschen, dann schicken Sie mir eine Mail und ich lade Sie gerne ein. Vielen Dank. Applaus Ah ja, da vorne. Ich gebe dir mal das Mikrofon in. Wenn man das so macht wie Sie jetzt und wenn man Leute auf Einladung bitte daran teilzunehmen und man innerhalb von kürzester Zeit auch 6300 Teilnehmer hat, wie repräsentativ ist dann die Stichprobe? Weil man möchte es international machen, man möchte es auch für Nutzer zugänglich machen, die sonst vielleicht keine Open Source Software verwenden, hat hier aber eine Stichprobe von Leuten, die sich damit beschäftigen, die das auch aus einem gewissen Ideal heraus vielleicht verwenden und die damit auch was bewirken wollen, hat aber der normale Käufer im Laden vielleicht nicht und wie lässt sich das darauf übertragen? Ja, einfache Antwort überhaupt nicht. Ja, das Sample ist total selektiv. Wir haben, glaube ich, für diese Befragung, die ich dort habe, habe ich, glaube ich, geblockt. Das heißt, wenn Sie Planet KDE lesen, dann hätten Sie die Chance gehabt, davon zu erfahren. Andere Befragungen haben wir über Twitter und Facebook promotet. Ja, meine Mutter nutzt LibreOffice, aber wie ich kein Twitter, kein Facebook, die hat niemals davon erfahren, also konnte sie auch nicht daran teilnehmen an der Untersuchung. Deswegen sage ich ja, wir müssen eine Strategie entwickeln, um die Anwender aus der Anwendung der Software selbst heraus zu verführen, mitzumachen. Das muss das Ziel sein. Das sind wir nicht. Und das ist ein großes Problem, was wir haben. Letztendlich ist es so, dass wir natürlich durch die große Menge gewisse Vorteile haben. Das heißt, wir können natürlich die Zielgruppen schichten. Wir können uns bestimmte Zielgruppen, wenn wir Personas oder bessere oder vergleichbare Konzepte haben, dann können wir uns daran natürlich orientieren und uns anschauen, wie antworten bestimmte Gruppen. Ich sage immer, Usability ist ein großes Puzzlespiel. Und wir können hiermit ganz neue Puzzleteile erhalten, aber letztendlich schlau zusammenlegen müssen wir es dann immer noch selber. Aber es ist ein Problem, ja, vollkommen richtig. Zur Frage, wie definierst du Innovation? Weil beispielsweise Nutzerumfragen per se sind ja ein extrem wertvolles Werkzeug, aber nicht wirklich etwas, was Innovation per se generieren würde. Also Stichwort Design by Committee ist ja normalerweise nicht das, was gerade innovative Nutzeroberflächen generiert. Und ich würde auch behaupten, dass die erfolgreichsten und von der Usability her am besten benutzbarsten Open Source oder freie Softwareprodukte eher solche sind, die sehr stark dirigiert sind, wie zum Beispiel Mozilla. Also Kernfrage, wie definiere ich Innovation? Ich gebe mir die nächsten 45 Minuten und ich kann versuchen, eine Antwort zu geben. Das hat unglaublich viele Aspekte und den Fehler, den wir nicht machen sollten, ist, dass wir das Projekt hier betrachten als ich frage mal die Nutzer irgendetwas. Sondern wir müssen einen weiteren Aspekt, den habe ich als Anforderung Nummer zwei dort auch aufgenommen, wir müssen es natürlich schaffen, dass die Nutzer aus sich heraus, und zwar mit einer großen Freiheit und einem großen Potenzial an Ergebnissen, wenn wir das vorher wüssten, wäre es keine Innovation mehr, was da rauskommt. Also ich glaube, da gehören verschiedene Aspekte dazu. Das eine ist eben Usability, das ist das, was wir hier gemacht haben. Ich habe die Icons, ich habe die Begriffe und ich möchte eigentlich nur wissen, was ist das beste Icon für einen entsprechenden Begriff. Andersrum müssen wir auch Strukturen schaffen und da arbeiten wir dran und das ist nicht einfach. Gut, dann danke ich nochmal. Vielen Dank.